Das Backstage bei den Vorbereitungen zur Miss Autosalonwahl 2012. Links neben mir der Lip-Close. Ein Stückchen weiter werden die Haare geföhnt. Neben mir jetzt Tamara Zettmark. Tamara, die wievielte Miss Autosalonwahl ist das für dich? Ich moderiere die Miss Autosalonwahl, glaube ich, jetzt schon zum fünften Mal. Immer in der gleichen Disco? Nein, das war früher im Arttours, dann war es wieder in der Disco und jetzt ist es im Beepass. Also es wechselt immer wieder. Erzähl doch irgendwas über dich. Na ja, ich arbeite als Journalistin und Moderatorin, bin auch hier im Autosalon Genf und moderiere die ganzen Talks und Interviews für Blick.ch, für das Online-Portal. Wir haben sehr spannende Gäste, es lohnt sich reinzuschauen, Blick.ch. Wir hatten unter anderem auch Ralf Möller mal letztes Jahr. Ja, das war Tamara Zettmark. Okay, also ich habe mein Kleid gesucht und gefunden. Liebe auf den ersten Blick. Perfekt. Ich wollte eigentlich das gleiche Kleid, aber jetzt blieb mir nur noch das hier. Lang? Okay. Okay. Okay, aber... Okay, aber... Welcome to Bypass on the Miss Autosalon 2012. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut.